Magst du es spazieren zu gehen? Ich mag es sehr spazieren zu gehen. Ich gehe besonders gerne in der freien Natur spazieren. Ich gehe besonders gerne in der freien Natur spazieren. Ich gehe besonders gerne in der freien Natur spazieren. Gehst du alleine oder mit deinen Freunden spazieren? Ich gehe sehr oft mit meinen Freunden spazieren. Ich gehe sehr oft mit meinen Freunden spazieren. Ich gehe besonders gerne in der freien Natur spazieren. Ich gehe besonders gerne in der freien Natur spazieren. Ich gehe besonders gerne in der freien Natur spazieren. Ich gehe besonders gerne in der freien Natur spazieren. Wenn ich zum Beispiel nachdenken will, gehe ich alleine. Wenn ich zum Beispiel nachdenken will, gehe ich alleine. Wenn ich auf jemanden oder etwas wütend bin, gehe ich auch alleine. Wenn ich auf jemanden oder etwas wütend bin, gehe ich auch alleine. Wenn ich auf jemanden oder etwas wütend bin, gehe ich alleine. Wenn ich zum Beispiel traurig bin, gehe ich ebenso alleine. Wenn ich zum Beispiel nachdenken will, gehe ich alleine. Ich glaube, dass Spazierengehen meiner Seele gut tut. Ich glaube, dass Spazierengehen meiner Seele gut tut. Ich glaube, dass Spazierengehen ist. Ich glaube, dass Spazierengehen der Seele gut tut. Ich glaube, dass Spazierengehen der Seele gut tut. Wiedersehen. Bis zu unserem nächsten Spaziergang. govern Play ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020